ich kann nicht nur mit ihm und die wir in dennoch kommen der karte nur hoch das ist ein zombie hallo das ist ein Ei ähm wir haben ach nicht eben gehört das passt hier ist aber hier oben können wir unsere hausbahn auf 108 höhe das muss man daran schauen ich habe jetzt das skelett von hinten an und das habe ich gesehen um so ab um wieso gut und und ich habe vorhanden und kann auch hier noch nur das machen muss kaputt ich baue gerade kohle und schön die kohle wir fangen natürlich wieder ganz von vorne an ja leider um um früher fand ich den Start von Minecraft immer total interessant da habe ich weißt da habe ich da habe ich eine neue Welt gemacht hab dann gespielt bis ich so volle Eisen von der Eisenrüstung hatte und so dann habe ich wieder eine neue Welt gemacht das ist einmal wir werden paar Sachen in default angezeigt wir werden die Zahlen von den ITEMS in default angezeigt okay egal hast du Holz? ne positiv oh das war nicht Holz das habe ich auch das habe ich noch eine zweite Tür wundervoll Leute, geht es nicht aus dem Inventar, da ich Q drücke oh Gott, wie alt ist denn das Minecraft? ach du Scheiße was hast du erwartet, ne? warum hast du das nicht geupdatet? weil das Ticket Leiter ist ähm ähm ja, pack jetzt einfach da hin ja, pack jetzt einfach da hin oh Gott, kann ich nicht öffnen jetzt nicht maaaann ich muss ja eben so machen dann soo hier, ich bin eben fünf ne ich meine ich meine ich meine nein was du leicht ins Brachfeller nein ich bin halt normal voll verfeilt aber bevor ich mich schule, muss ich auch nur die Hälfte vergessen hm geht mir ja, geht mir auch mal so manchmal immer öfter vor allem freitags ja, fahr doch wieder nicht na, da weiß ich oft nicht mehr, was wir gemacht haben frage ich hier im Bus und denk so, was waren halt eigentlich die letzte Lötz ich komm, ich komm mal man das ist alles gewohnt der Zentrum der Zentrum was ja, schau, die Leute laufen immer noch nach äh, 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 ihr trifft mich nicht die laufen mir auch gar nicht mehr hinterher na, sind die langweilig ooooh ach, mich juckt bei dir müssen gerne mal die zwei Skelette da angreifen na, was ist mir die Tür zu? jetzt damit zieht es dir oder? alle Türen zu machen maaaann machst du ich hab die Tür zu ich hab die Tür zu ich hab die Tür zu tun ich hab die Tür zu tun oh Gott, das ist die Tür zu tun ich möchte mich in der Tür zu tun und an der ich hab die Tür zu tun hinten da ist ein Spinning will ich bin kann man mal runter wir müssen Waypoint setzen oder? da fehle ich noch nicht oh Gott da 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 dem Waypoint add da 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 bei Regen leckt bei mir ganz leicht kann man schon wirklich sagen wo bist du? du? Ähm, einfach weiter runter gegangen da. Jetzt in ne Höhle. Leider wenige Höhle. Kann man hier bei Take It Let Out Zombie vielleicht zu Leder umändern? Das weiß ich nicht. Ich hab gar nicht in Take It Let Out gespielt. Ah, ich seh dich. Ich seh dich unter der Erde. Hört und hier oben. Ich hab grad zwei Eisen gefunden. Ist ja geil. Das ist scharfe. Wundervoll. So fängt jeder damit an. Scharfe. 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 Ernsthaft? Scharfe hat mir keine Wolle. Doch. Scharfe hat mir eine Wolle gekrabt. Scharfe ist scharfe. Ach so, überlegt, indem wir einfach mal schon abgenommen. Ich bin hierhin. Ich krieg mir dein Essen. Und du auch. Und du auch. Ja schön. Da oben war aber irgendwo scharf wie es. Okay, es leckt minimal. Und ich hab keine Kurbel mehr gerade eben. Okay, selber Absturz oder? Ja. Nö. Okay. Und ich nicht. Okay, ich merk's an TS. Ich hab ein 200er Ping. Haha. Oh, oh, oh. Das war einfach schon gut. Ach, da brauchst du bestimmt hier in der Höhle. Alter, ich pack so hässlich rum. Ja. Das sind zwei Hühnchen. Ey, das Hühnchen taucht. Okay. Flyer droppen die Hühnchen bitte. Wisch, die alte wäre es an der Droppen die richtig viel. Ne, na, na, na. Äh, Paddy. Ja? Ich hab ein Dorf. Wo, wo? In der Wüste? Ähm. In der Wüste, ja. Ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Da stehen drei Creeper. Ne, ich hab das Dorf. Ich hab jetzt ihn um. Warum? Ich hab das, äh, also fast immerhin die Minecraft-Modpack gezockt hab, äh, bin ich immer in den Dorf gezogen. Ich hab da die Schmiede als Haus benutzt. Wieso? Ist schon voll langweilig. Nö. Geh, chillig eigentlich nicht. Oh, ne, Eisenbrustpanzer, Kopper und Tin. Das ist gut, ich mach mal die Öfen nicht. Ja. Und alles, was du kriegen kannst. Soll ich das Weizen mitnehmen und alles? Das ist ja alles in der Nagel. Das Weizen auch alles? Ja, alles in der Nagel reizen. Das heißt, wir gehen wieder zurück an unseren Spot. Ja. Ja. Ich baue hier das bei mir auch ab. Das ist echt geil. Wir haben schon, also wir haben schon die wichtigsten Essenssachen. Ne, ich hab Kartoffeln. Ja, ich hab Kartoffeln. Ja, ich hab Kartoffeln. Ja, ich hab Kartoffeln. Ich hab dich. Ah, Kartoffeln. Ne, ich hab mich. Stimmt. Nein, ich will die Wot. Ich hab die Wot. Die Wot, die Wot, die Wot, die Wot, die Wot, die Wot weg. Ah. Ähm. Ich weiß noch was. Und dich hab ich auch gleich. Ne, mich hab ich auch nicht. Ne, ich hab mich auch noch nicht. Ne, ich hab mich auch noch nicht. So, die Leute fragen sich wahrscheinlich, was für die Leute für ein Scheiß, oder Mann? Insider. Müssten sie nur noch zum Maden einfügen. Oh. Irgendwann gibt's quasi auch Tomaten. Ich fäll mal hier den Riesenbaum. Mach das. Mach da sein. Oh, scheiße. Oh, 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 oh.